Hallo Hexenschwestern seid gegrüßt, mit der Magic of Brigitte Linie möchte ich eine natürliche Alternative zu den auf chemischer Basis beruhenden bekannten Ölen aus Amerika bieten. Schon der angenehme Geruch meiner Mischungen, die mit naturreinen ätherischen Ölen hergestellt werden, unterscheidet sich stark von den synthetischen Ölen. Eine Einfärbung der Öle halte ich bei meiner natürlichen Verarbeitung für unnötig, zumal diese nur Flecken verursachen würde. Meine Mission ist, den Menschen Produkte anzubieten, auf die sie vertrauen können, denn ich arbeite nach weißmagischen Grundsätzen mit der Magie der Pflanzen und der Planeten. Jeder magisch, arbeitende und interessierte weiß, dass nur die Natur, eine Wirkung haben kann, und alles andere einzig und allein auf dem Glauben an ein Produkt basiert. Eine weitere Bereicherung auf dem Gebiet der magischen Öle sind meine Sprays, welche die Anwendung noch einfacher machen, und da sie hundertprozent Natur sind, auch bedenkenlos benutzt werden können. Vergleiche selbst und spüre den Unterschied mit all deinen Sinnen. Segen der großen Göttin von Brigitte.